So und willkommen zurück zu Let's Play Rayman 2 The Great Escape. Wir sind hier stehen geblieben und dieses Level hier, die Man-Hier-Hügel, daran kann ich mich auch ziemlich gut erinnern, denn das war mein absolutes Lieblings-Level als Kind. Ja, ja. Ohne kurz zu umschweifen. Schneller, schneller, schneller. Ach, ich liebe dieses Level. Ich glaube, also, ich weiß noch, dass man auf irgendwas reiten musste. Sowas vergisst man nicht so schnell. Oh, Katzin. Ohne. Aha. Ah, ja. Zieh mal, zieh mal, zieh mal. Jetzt bin ich hier der Pferdeflüsterer. Raketenflüsterer. Oh, die kommt schon auf mich zu? Hä? Ne. Ach, da. Nein. Nein. Das war schlecht. Okay. Das war nicht so vorgesehen. Ja, ja, ja. Komm schon, spring rein. So, willkommen zurück zu Let's Play Raman 2 The Great Escape zum zweiten Mal. Ha, ha, ha. Hoffentlich kommt diese Katzin jetzt nicht nochmal. Ich werde das auch, glaube ich, nicht rausschneiden. Oh nein, sie kommt nochmal. Kann man irgendwie... Ah, man kann sie abbrechen. Gut. Äh, hier gab's doch noch irgendwas, oder? Was ist hier? Ah, ich wusste es doch. Dipp, 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 dipp. Äh, und was war das jetzt? Hä, was ist denn jetzt hier? Irgendwas hat sich geöffnet. Hä? Wo denn? Hallo? Ah, okay. Okay. Das weiß ich noch. Also, an dieses Level kann ich mich nämlich noch ziemlich gut erinnern, wie schon gesagt. Und ein großer Lumpus. Yay. Bin ich toll. So. Weiter geht's. Ein Netz, ein Netz, ein Netz, ein Netz, ein Netz, ein Netz klettern. Ähm, wie ging das hier nochmal? Wie konnte man die nochmal ziehen? Ich hab keine Ahnung mehr. Moment, Moment, Moment. Äh. Kann man noch viel draufspringen? Ne. Okay. Zweiter Versuch. Komm her. Kommi, 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 kommi. Putt, 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 putt. Putt, 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 putt. Ja, feine Rakete. Ja, feine Rakete. Äh, nicht gut. Äh. Okay, was sollen die machen? Äh. Okay, solange ich hier versuche, die... Äh, Rakete hier zu zähmen, weil ich noch nicht weiß, wie das gehen soll. Äh. Äh. Aha. Achso. Ah. Ah. Hehehe. Äh. Schneller drücke Space, absteigen. Drücke. Ah. Okay. Äh. Mikro rüchten. Ja. Also. Ah. Okay. Nein, nein. Neu. Äh. Falscher Knopf. Okay. Neuer Versuch. Jetzt weiß man ja, wie es geht. Ja, solange ich hier diese Rakete wieder zähme, äh, erzähl ich mal ein bisschen. Ich hatte ja eigentlich vor, ein zweites Projekt zu starten. Das ging aber nicht so richtig. Ich hatte nämlich da damals keine Zeit mehr. Also diese, diese Aufnahme ist ein bisschen später entstanden jetzt, als die vorherige. Davon werdet ihr aber nicht viel merken. Weil ich halt ein bisschen auf. Ah, so geht's schneller. Okay. Weil ich halt ein bisschen auf. Ah, gut. Äh, ein bisschen vorgearbeitet habe. Deswegen werdet ihr vorhin nicht sehr viel merken. Äh. Ja, ich hatte halt in letzter Zeit keine Zeit. Und deswegen ist das andere Projekt auch nicht fertig geworden. Also ich habe kein Video davon gemacht. Das werde ich aber in nächster Zeit nachholen. Und wir müssen hier rüber. Danke. Bravo und weißt, wie man auf der Kanad reitet. Schneller drücke. Space, ja, bla bla, wissen wir schon. Hier ist ein Käfig. Danke. Also, was ist denn hier für ein Schild? Militärakademie. In diesem Bereich bitte absolut still sein. Die Kadetten müssen sich konzentrieren. Ah ja. Ja, ähm. Aber das zweite Projekt, das wird auch dann folgen. Wer meinen Channel verfolgt hat, der dürfte auch schon längst wissen, was das für ein Projekt ist. Das steht nämlich schon seit einiger Zeit da. Äh, äh, ja. Äh. Nach so, schon wieder an der Schild. Militärakademie. In diesem Bereich bitte absolut. Hä, das kennen wir doch schon. Hä? Bin ich jetzt im Kreis? Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Wie bin ich denn jetzt im Kreis rumgelaufen? Äh? Äh? Egal. Ja, tolle Konzentration. Also, sie müssen sich beim Schlafen sehr konzentrieren. Aua. Du bist eine Schlafmütze. Du kannst eh nichts. Spring. Tooooods. Tooooods. Tolle Konzentration, Leute. Muss ich schon sagen. Was gibt's hier noch? Aha. Noch ein Käfig. Naja, so versteckt sind sie hier anscheinend nicht. Ähm. Ist das der erste Level-Abschnitt? Tatsache, es war der erste Level-Abschnitt. Ich weiß aber, dass es noch ziemlich actionreicher wird in diesem Level. Ja, darauf freue ich mich schon. Ja. Ähm. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach, ich komme immer wieder raus. Äh. Hier muss es doch... Hier ist ein Jumperpilz. Äh? Ich hab gedacht, das wäre der einzige Jumperpilz im zweiten Level. Okay, ich hab das Spiel wirklich... schon... seit Jahren nicht mehr gespielt. Weshalb es auch blind ist. Ah, hier ist ja noch ein Jumperpilz. Das gibt's hier nicht. Okay, ich nehm alles zurück. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Scheiße. Deswegen kacke ich auch gerade auf... in erster Linie ab. Und, danke. Ja. Juhu. Komm, hoch da. Ach, dieses blöde Mikro. Und... Ach, jetzt... Was wollte ich... Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ich... vergiss es jetzt immer wieder. Komm her, du scheiß Rakete. Ähm. Ähm. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Scheiße. Oh, oh, oh. Danke. Also, während ich überlege, spiel ich hier nochmal ein bisschen weiter. Ja, was machen... Ach, hier... Genau, hier kommt der... Hier kommt dieser blöde Abschnitt... Ah, hier kommen Wurzeln, genau. Was... Was ist das denn jetzt hier nochmal? Kann man springen? Kann man springen? Was? Kann man nicht springen? Sei nicht mutig, du schaffst es. Äh. Komm her. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Mann, oh. Alzheimer. Grüßt. Äh. Mir fällt das jetzt noch ein. Ich krieg das noch hin in diesem Video. Noch drei Minuten, dann hab ich Zeit. Also, das dürfte kein Problem sein. Ah, so, komm mal darüber, okay. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Toll, das hat sich ja gelohnt. Schmiedervurzeln. Da braucht man ja eigentlich nur den Lums zu folgen. Lums. Oh, oh, oh. Lums, Lums, Lums. Lums, Lums, Lums. Weiter Lums. Noch mehr Lums. Oh. Nein. Scheiße. Äh. Komm her. Komm her. Pup, putz. Ich hab Zucker für dich. Zucker, Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker für die kleine Rakete. Und Brems. Oh, bist du schlapp. Wir, wir. Ich mag ja eigentlich keine Pferde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens mal, weil ich früher mal gegen Pferde allergisch war. Was jetzt eigentlich nicht mehr so ist. Nee, sondern Lums. Gut zu wissen. Und, äh. Zweitens, seitdem ich meine Schwester geärgert hab. Sie hat nämlich mal geritten. Und. Dann ist ihr Pferd. Oh. Gestorben. Und ich hab darüber Witze gerissen. Das war nicht so toll. Naja. Was sonst. Was soll ich aber jetzt? Erstmal nicht interessieren. Naja. Was haben wir hier noch? Hier ist ein Fass. Hä? Wozu braucht man denn das Fass hier? Was ist das denn hier für ein Raum? Hä? 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 Was? Gibt man das Pulverfass her? Hier muss man doch irgendwas mit da mitmachen können. Irgendwas kann man hier mitmachen. Hä? Was soll man hier machen? Hallo? Hallo? Äh. Hä? Hä? Werfen? Nein. Irgendwas muss man hier mitmachen. Irgendwas. Ich will das jetzt herausfinden. Dazu opfer ich auch die kostbare Videozeit. Das ist jetzt. Oh. Was? Hä? 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 Okay. Ich glaube ich hab das Rätsel gefunden. Man muss an die Facke gehen und das. Sehr logisch. Naja. Wir haben das Rätsel gelöst. Komm her. Na. Komm. Na komm. Und? Hä? Wie soll man? Was? Nochmal. Komm. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit. 40 Sekunden. 40 Sekunden. Noch. 35. Schneller. Und? 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 Ah. Okay. Ah. Ah. Okay. Mit A kann man alles abspringen. Das ist gut. Äh. Ein Käfig. Triffst du mal den Käfig? Hallo? Triffst du mal den? Beschissenen Käfig? Hallo? Hä? Hallo? Bist du irgendwie dumm? Na gut. Das machen wir im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.